Hallo liebe Unioner, hallo Markus, herzlichen Glückwunsch, du bist das 22.000. Mitglied. Willkommen in der Union-Familie. Heißes Ding. Hör dich doch nicht zu interessieren. Markus, gleich ist es soweit, gleich ist es soweit, Markus. Ja, gehen wir? Hallo. Hallo. Markus, richtig? Richtig. Bei der Stadionführung hier? Ja. Und, gefällt es? Sehr gut. Ja, okay. Und Unioner, wie lange? Zehn Jahre jetzt mittlerweile. Zehn Jahre, okay. Ja, lieber Markus, von uns unterschrieben, von der ganzen Mannschaft und hinten die 22 drauf, weil du das 22.000. Mitglied bist. Herzlich willkommen in der Union-Familie nochmal. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Freut mich. Mir auch, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.